So. Also. Weiter geht er, bei denen schafft er doch, oder? Tenzin will jetzt nicht mehr... Kann das sein, dass Tenzin jetzt nicht mehr weiter will? Er will uns nicht sagen, wer das war. Er weiß, was das war, aber... Er traut sich nicht jetzt, um zu sagen. Doch, er geht weiter. Aber jetzt wird ein bisschen dunkel hier drin, ne? Ja, stopp. Oh. Geht's hier wieder raus? Was ist denn das für ein Vieh? Das habe ich ja jetzt erst gesehen. Oh no. Ich dachte, das wäre zuerst ein Steinblock, oder sowas. Alter, was? Hier kommen wieder irgendwelche Eiswendigos. Schneegebirgswendigos. Dorengos. Hm, da war was. Heilige Scheiße. Wieder irgendwie solche komischen Viecher. Das ist doch aus, ey. Okay, kommen wir hier runter? Müssen wir ja eigentlich, ne? Okay, es ging. Ja, um dann da wieder hochzukommen. Aber erst mal schauen wir, ob sich hier irgendwo ein Schatz oder irgendwas versteckt. Oder auch nicht. Okay. Ja gut, dann hat sich das erledigt. Wenn jetzt rechts ein Schatz gewesen ist oder sowas, tut mir leid. Aber, ja, kann ich halt nicht wissen, ne? Dass man dann, wenn man da einmal ist, nicht mehr weiterkommt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Tenzin das hier nicht überleben wird. Ich habe irgendwie das Gefühl, der wird das nicht überleben. Ich meine, klar, wir müssen das überleben. Wir sind der Hauptcharakter. Da haben wir ja ein Glück. Aber ich glaube nicht, dass Tenzin das überlebt. Oh, Vorsicht, hallo. Was liegt da unten? Eine Pistole. Hey, Schäfer lässt grüßen. Her damit. Hoffentlich ist die geladen. Ja, ein bisschen. Zum Glück. Müssen wir auch noch auf die Eissapfen schießen. Klar. Noch ein bisschen unauffälliger. Macht die doch so kaputt. Das funktioniert nicht, ne? Scheiße. Noch weniger Lärm ging auch nicht. Das war so klar. Was ist das? Mutantengeist, wirke. Oh man, ich habe doch gedacht, ja, weil ich habe das Gefühl, der überlebt. Ist er echt tot? No way. Wow. Hallo, ausweichen. Oi, 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 oi. Tot? Nein. O how? O how? O how? O how? Hallo, lass mich los. Was zum Teufel? Was soll ich denn machen? Oh, oh, oh. Oh. Das war geskriptet, oder nicht? Ich glaube nicht, dass das geskriptet war. Wir sind einfach nur schlecht. Scheiße, weg hier, hallo. Aber ich kann auch nicht immer ausweichen. Drecksack, jetzt stirb! Nein! Wie sollen wir denn ausweichen? So in etwa. Ah! Hallo, weg! Ja, ey! Reicht jetzt! Nein! Nein! Lass los! Ey! Kann man dem irgendwie ausweichen? Hey! 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 Finsen lebt! Ja, wie will der denn aushalten? Ach! Du Scheiße! Ach! Du... Oh, scheiße. Ich dachte, wir müssten jetzt die Waffe erstmal suchen. Okay, nice. Ich dachte, die gehen irgendwie kaputt und dahinter wäre ein Schatz oder so. Aber, weil er hat uns ja eigentlich die Waffe aus der Hand geschlagen. Aber irgendwie haben wir sie anscheinend doch wieder in der Hand gehabt. Okay. Wo ist er jetzt hin? Ach da. Ich habe auch das Gefühl, das war nicht das erste Mal, dass wir dem begegnet sind. Ähm, hallo? Irgendwas mithalten? Hey, hallo. Was? Ähm, hallo? Äh, hallo? Ach so, hier. Sie wollte doch nur spielen. Ich glaube nicht, Serena. Ich glaube nicht. Oder nennst du sowas spielen? Als ich hochkomme. Gute Frage. Was? Ui. Sehr gut. Jetzt weiß ich auf jeden Fall schon mal, was Serena alles so unter Spielen versteht. Die Typen sind gestorben wie die Fliegen. Ja. Äh, wundert mich nicht bei den Viechern, die hier rumlaufen. Und bei der Kälte auch irgendwann. So. Ah, ein Schatz. Ich dachte, das wäre der richtige Weg hier. Hä? Stupa-Ornament aus Bronze. Junge. Das war anscheinend nicht der richtige Weg. Da hätten wir noch einen Schatz. Aber wo sollen wir jetzt langen? Haben wir den Schatz schon verpasst? Ach so, hier rund. Ne, hä? Den Schatz haben wir wahrscheinlich verpasst. Ist egal. Ja, ich weiß nicht, wo wir langen sollen. Hier glaube ich nicht. Oder? Ne. Ach so. Aha. Aha. Ist doch alles easy peasy. Wer das nicht kann, der kann nicht viel. Äh. Ach so, hier lang. So. Der wollte auch nur ein bisschen Aufmerksamkeit haben, wie Phil und Rafiki. Oh, Gott sei Dank wollen Phil und Rafiki nicht so eine Aufmerksamkeit. Die nerven mich zwar und ärgern mich zwar, aber die versuchen nicht, mich zu töten. Also, weiß ich nicht. Vielleicht denken die schon, dass das ein Versuch ist, aber die kriegen es auf jeden Fall nicht hin. Nicht so leicht. Nicht so einfach. Wer weiß, was die sich bei so manchen Aktionen immer denken. So, dann bin ich tätig jetzt. Und dann, ja. Aber dann ist es nur beim Versuch geblieben. Ja, jetzt muss es so langsam, ja, irgendwo hinführen. Aber was für ein Weg, bitte. Herz aus Eis. Ui, sieht aber gut aus. Sieht stark aus. Tenzin? Ja, geh mal vor. Aber richtig wow. Was ist das für ein Knopf? Okay. Schauen wir mal kurz. Also, der muss auf jeden Fall betätigt bleiben, der Knopf. Der Knopf, Knopf, der Dopf, Dopf. Das ist zu tief. Ui, 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 ui. Was passiert denn, wenn wir uns hier drauf stellen? Stell dich auf den anderen Hebel. Ja. Das versteht der jetzt auf einmal? Hä? Ach, auf den Hebel. Ja. Ja, 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 ja. Sagst du es allein? Wo will er hin? Ach so. Wir bringen die Blöcke jetzt gerade da raus. Heiliger. Aber das ist ja auch cool gemacht. Das gefällt mir. Solche Stellen gefallen mir ja in Spielen. So was ist nice. Ach, das waren wir gar nicht. Wenn man so sagen darf, im letzten Kapitel hast du zwei Schätze. Ja. Ich hab, ich hab, ich hab schon, schon mehrere vergessen. Ja, ich weiß, ich weiß nicht. Wir sind wahrscheinlich gerade so zu, schon zu 70, 80 Prozent mit der Story durch, denke ich mal. Wir haben gerade mal 19 Schätze von 100. Also, ich hab schon ein paar mehr verpasst. Aber ich mach das Spiel auch. Oh, ne, stopp. Aber wie gesagt, ich spiel das auch nicht zu 100 Prozent, ne. Von daher. Und einen Schatz hatten wir ja sogar schon gesehen, dass wir den verpasst haben. Ist nicht so schlimm. Oh, wir müssen uns beeilen, ey. Wir haben einen Zeitdruck hier. Scheiße. Komm schon. Ja, was denn? Wir waren doch oben. Der sollte sich doch nur festhalten. Ha! Hat eigentlich locker gepasst. Ja, rechts, links meine ich. Boah, das ist schon ganz verrückt. Ja, ich weiß nicht mehr, wo links und wo rechts ist. Heilige Scheiße. Äh. Okay. Runter. Nein, ich glaub runter. Genau. Letzt Uncharted hab ich nie zu 100 Prozent durch. Bei dir alles Schwierigkeitssturm spielen muss. Was? Durch? Bei dir alles Schwierigkeitssturm spielen muss? Ja, aber so ein Spiel wie da, weißt du, so Action-Story-Action-Adventure und sowas sind meistens für mich keine 100 Prozent Spiele. Weiß ich nicht. Da spielst du die Story und dann, so wie Tomb Raider zum Beispiel auch. Das hab ich auch nicht zu 100 Prozent gemacht, weil hab ich irgendwie nicht so den Anreiz, das zu 100 Prozent zu spielen. Oh. Oh. Äh. Haben wir hier sonst noch irgendeine... Ach so, Moment. Geh die Treppe mal runter, ne? Haben wir jetzt hier noch irgendwo einen Knopf oder was, wie wir Tenzin... ... in den Hebel? Aha. Ach so, du meinst... Ja, ja, du meinst nicht nur 100 Prozent mit 100 von 100 Schätzen im Spiel, damit dann auch alle Trophäen, ne? Na ja, gut. Das ist ja, äh, nochmal eine Hausnummer größer. Äh. Äh. Moment mal. Ach so, warte, wir müssen erst mal rüber. Ach so. Ah, 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 okay. Oh no. Huh. Glück gehabt. Jetzt müssen wir uns ganz schnell beeilen, ne? Äh, oder auch nicht? Ja, doch schon irgendwie, aber... Uhu. Erst mal hier rüber. Heiliger. Jetzt müssen wir uns, glaube ich, trotzdem beeilen. Ansonsten ist RIP. Komm, hoch, 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 hoch. Und dann rüber. Schafft er das? Yo. Puh. Aber knapp. Ja. Da drauf? Sag zuerst für mich nicht so aus, aber doch, doch, okay. Mann, das sind aber manchmal unmögliche Wege hier, ne? Heiliger. Ähm, kommst du da hoch? Okay. Ähm. Ähm. Hier sollten wir uns schon mal nicht fallen lassen. Das wäre schon mal... Äh, Kont... Ach so, können wir uns da oben festhalten. Ach so, ja, okay. Und wieder einfach was... Ja, ist egal, Serena. Du brauchst mir das jetzt nicht immer schreiben. Wenn ich was mitnehme, nehme ich es mit. Und wenn ich was verpasse, verpasse ich es. Okay. Für mich ist jetzt erst mal der Weg interessant... Ach so, hier, ja, ja, okay. Das schafft er? Ach, da war noch die Stange. Ui, 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 ui. Gut. Okay. Boah, jetzt müssen wir im richtigen Timing springen. Halt das, Schwede. Das kann ich am besten im Timing. Im richtigen Timing. Im richtigen Timing! Ja! Meine Güte. Schafft er das? Ja, aber hier sollen wir ja... Hier sollen wir doch eigentlich... Hä, hier sollen wir runter? Ich weiß doch, aber den Marvin kann man damit gut ärgern. Ja, oah, ärgern, aber... Aber, ja, aber, ja. So, wo müssen wir hin? Aha, ich schätze mal. Ja, stopp, stopp, stopp. Nee, nee, ich weiß... Ich glaube, ich weiß, wo lang... Da ist ein Seil. Auf die Seite. Und dann? Ach, nein, stopp! Da müssen wir hin. Er schafft er... Den Sprung schafft er? Ja, gut. Oh, shit. Okay. Nee, zum Seil. Wirklich? Von hier aus zum Seil? Oh! Ja, tatsächlich. Wow! Und Sprung! Achse. Feste... Oh, no. Wuhu! Wuhu! Hoch! Nicht hoch! Ach, wir sollen... Okay, wir sollen... Das bringt nicht viel. Wir sollen hier runter. Ja, gut. Alter, was sind das vor allem für Zahnräder? Wofür sind die überhaupt da? Können wir uns hier festhalten? Ja, geht. Immer der Nase nach. Immer der Nase nach. Oi. Einmal hier absetzen. Und weiter geht's. Wie kommt Tenzin voran? Würde mich halt auch mal interessieren. Ach. Alles wieder für den Hebel. Ach, der ist schon längst da. Der hat auf uns gewartet. Ja. Ja, ja. Nicht ganz so optimal, würde ich behaupten. Vielleicht eventuell. Ein bisschen problematisch. Einfach nochmal den Hebel betätigen. Geht natürlich nicht. So, aber ich hab die Leiter schon gesehen. Ach, die benutzen wir doch mal. Ich muss da irgendwie rüber. Ja, ja. Ja, ja. Auf die harte Tour. Auf die harte Tour. No, please. I don't like the hard one. Halt dich fest. Okay. Oh, wow, 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 wow. Ähm, okay. Erstmal runter. Marvel macht wieder alles kaputt. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts gemacht. Ein Bier getrunken. Ein Bier. Gar nichts gemacht. Nein, Junge. Was machst du? Jetzt. Jawohl. Warten wir mal. Worauf warten wir? Ist das richtig zu warten? Hä? Boah, dieses Spiel ist manchmal so eigenartig. Ich dreh am Rad. Was sollen wir denn machen? Aha. Ja, toll. Runter oder hoch? Keine Ahnung. Hallo? Boah. Nein, ey. Auf einmal springt er 500 Meter nach oben. Ach, wir sollen nach da rüber. Okay. Das heißt, wir nehmen jetzt den und dann springen. Jawohl. Jawohl. Huh. 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 Hä? Ach, wir sollen runter. Ne, hä? Doch, wir sollen runter. Ach so. Ja gut. Wenn das so ist, können die ruhig gerne kaputt gehen. Die Holzbalken. So, nämlich. Das ist doch kein Schatz. Okay. Hm. Ah. Ja, wir können tatsächlich vielleicht eventuell oder auch nicht. Gut. da rüber? Ne. Ach, Moment. Hier wieder festhalten und dann... Ja, ja, ja. Links rüber. Nein, links rüber. Links! Oh mein Gott. Geht doch. Das ist ja immer... Der kann nicht aufs erste Wort hören, ne? Der hoch. Okay. So, dann hier lang. Oh, das... Der nimmt den natürlich nicht. Er nimmt den natürlich... Och Gott. Er nimmt den natürlich nicht. So, hopp. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Geht doch. Und jetzt... Jump, geht doch. Mann, ey. Dass das manchmal so kompliziert machen muss, ne? Ja, ich schütte mir den Knopf drücken. Ach du Scheiße. Das ist ein Jumping-Puzzle. Das soll ja wohl ein Witz sein. Das sag ich dir. Das kann ja... Das kann ja eigentlich nur ein Witz sein. Vielen Dank auch. Mein Akku ist voll, ich glaub's ja gar nicht. Wahnsinn. Wer weiß das denn so genau? Go Shalam! Shalashalé! Mashalallah! Okay, es gibt auf jeden Fall keinen Weg zurück mehr. Aber wer weiß, vielleicht wollen wir das ja auch gar nicht. Obwohl. Was für ein Quatsch. Wir müssen wieder zurück. Das war's wohl mit dem zurück. Hoffentlich gibt's noch einen Weg raus. Tja. Das muss sie sein. Schäfers Expedition. Der Tintamani-Stein. Das Harz. Der wurde erschossen. Die wurden alle erschossen. Hm. Das ist die Irmensäule der Lebensbaum. Das Ahnenerbe. Deutsches Ahnenerbe. Das steht auf Deutsch. Mann alles. SS-Leute. SS-Leute. Deswegen auf Deutsch. Nazis. Ja. Was wird dann aus dem Mann? Oh nein. Schäfer war das. Ah. Schäfer war das. Schäfer war das. Oh nein. Nur so konnte er sie stoppen. Oh nein. Schäfer. Verdammt. Wir müssen von ihr verschwinden. Sofort. Gut, dass hier Waffen sind. Eine Waffe. Naja, wir haben zwei Waffen. Immerhin. Okay, das bedeutet ja ganz... Oder das sollte ja eigentlich bedeuten, dass wir jetzt gleich ganz schön Paramba hier bekommen, ne? Eigentlich. Eigentlich. Eigentlich schon. Verdammt, wir müssen raus hier. Juh!